Hallo ihr Lieben, heute wollte ich euch hier einmal erzählen, was ihr alles beachten müsst, beziehungsweise bedenken müsst, wenn ihr eine Pflegestelle machen wollt, also die ersten Schritte. Das erste ist einmal, macht euch mal Gedanken, was ihr eigentlich wollt. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mal geguckt, was wäre denn am besten, mit welchem Verein und sowas, also wie wäre es gut. Meine eigenen Sachen, die ich gerne haben wollte, war, dass die mich auf jeden Fall bei der Tierarztrechnung unterstützen, denn das kann ja auch schon ziemlich viel sein. Dann war das, dass ich einen eingetragenen Verein haben wollte. Ich war ja erst bei jemandem, die privat das machen, aber da habe ich nachher gedacht, bevor es in den Stress geht mit den Ärztekammern oder ich weiß gar nicht, nee, Ärztekammern nicht, ja, ich habe keine Veterinärämtern und sowas und ja, man weiß immer nicht. Dann wollte ich einfach, dass ich einen eingetragenen Verein habe und bin halt weiter auf die Suche gegangen. Ja, was war mir noch wichtig? Auf jeden Fall, dass sie präsent sind, also dass sie nicht unbekannt sind, sondern dass sie schon bekannter sind. Und ja, war mir noch was wichtig? Nö, eigentlich nicht. Dann habe ich halt im Internet mal geguckt, welche Pflegestellen es dann machen, habe sogar im Tierheim bei uns nachgeschaut, aber die machen das leider nicht oder nicht so gerade viel und habe dann einfach mal etwas weiter weg geguckt. Und in Berlin bin ich dann auf, also ich war jetzt nicht in Berlin, aber halt auf einer Seite und ich dachte, die machen das bestimmt nicht, bin ich einfach mal raufgegangen und dann habe ich die Pflegestelle, also Pflegestellenvergabe in Berlin gefunden und habe dann mal weiter recherchiert und die machen das halt auch, wenn, ja, wenn die Leute ein bisschen weiter wechseln. Die finden das sogar gut, denn dann ist man ja präsenter, denn kennt einen ja jeder so. Und ja, da habe ich da halt hingeschrieben und die haben mir ganz lieb geantwortet, dass ich es natürlich gerne machen könnte, dass wenn ich Fragen habe, mich gerne anwenden könnte und dass sie mir jetzt erstmal alles zuschicken wollen. Ja, und das hole ich jetzt mal eben. So, hier ist erstmal der Pflegestellenvertrag. Vom Meerschweinchen, notmeerschweinchen.de.tv Und stehen da halt hinten Namen, zwischen wem was ist und ja, so noch ein paar Anmerkungen. Und halt, da muss man halt die Unterschrift draufsetzen. Ich habe das jetzt schon, also ich habe das zweimal bekommen. Einmal für mich und einmal für die und einmal habe ich es jetzt halt weggeschickt. Ich warte aber noch, bis ich da richtig angenommen wurde. Dann habe ich noch hier eine Mehrpflegestellen-Aufgabenliste bekommen. Von Aufnahme, Daten, Versorgung, Tierärzte, Medikamente, Mitteilungen, Rückrufer, Mehrspannchen, interessierter Auszug, Vermittlungen, Vermittlungsverfahren, Ansprechpartner, Kontakte. Ja, das habe ich dann halt bekommen. Das sind halt mehrere Seiten. Ja. Dann habe ich noch eine Geschäftsordnung bekommen. Das sind auch wieder mehrere Seiten. Da muss ich halt alles haben, wie viel Euro das im Jahr kostet und so. Theoretisch kostet das bei den 36 Euro pro krierten Länderjahr. Aber da ich halt auch Schülerin bin, kostet das für mich ermäßigt 24 Euro. Dann ist hier noch die Satzung mit den ganzen Paragrafen. Darf ich mir alles durchlesen? Das sind auch wieder ganz viele Seiten. Das ist nur ein Zettel, den ich als erstes bekommen habe. Ja, das war es dann auch schon. Also ich für meinen Teil bin sehr zufrieden mit dem. Sie unterstützen einen, wenn man tierärztliche Versorgung benötigt für das Tier, beziehungsweise Medikamente und so. Dann muss ich mit jedem Meerspeinchen zu dem Zuhause hinfahren, wenn sich halt derjenige für das Tier interessiert, um das dann abzugeben und bei der Vergesellschaftung zu helfen. Finde ich für meinen Teil sehr gut, denn ich sehe gleich, ob das Tier es gut dort hat oder halt nicht. Da werde ich auch wieder unterstützt. Also das Fahrtgeld, wenn ich mit Bus und Bahn unterwegs bin, bekomme ich auch vollständig wieder. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die läppern sich halt. Aber wenn man es wiederbekommt, dann ist es, finde ich, gut. Gerade wenn man auch Schülerin ist und ja. Futter bezahle ich natürlich, den man fürs Einsteigen und sowas, aber das ist ja auch nicht das Problem. Aber halt Tierärzte und so, alles kann sich halt alles auch. Nur Kleinigkeiten kann es sich wirklich läppern. Und gerade wenn man so eine Kastration hat, kostet das rund 50 Euro mal eben. Und ja, das läppert sich halt wirklich alles. Und ich finde diesen Verein wirklich sehr gut, weil es einen unterstützt. Ja, also ich kann diesen Verein notmehrschweinchen.de.ev sehr gut weiterempfehlen. Und wenn ihr eins haben wollt, dann guckt doch mal auf deren Internetseite, notmehrschweinchen.de. Ja, und ansonsten, ja, was, die haben mir natürlich auch Anforderungen gestellt, natürlich, dass mir die Tiere artgerecht halten. Das ist für mich aber selbstverständlich. Und ja, dann mussten wir noch ein Quarantänegehege bauen. Ich wollte eigentlich ein normales kaufen, aber wir haben kein gutes in der Nähe gefunden. Und wir wollten jetzt auch nicht an die 100 Euro für ein Quarantänegehege ausgeben. Was wir vielleicht noch zwei Wochen wieder wegschweißen können, weil es vielleicht doch irgendwie was Lumpf ist, weil eine Krankheit da ist, die nicht mehr weggeht. So haben wir uns dafür entschlossen, uns als selber ein Quarantänegehege zu bauen. Und das seht ihr im nächsten Video, also nächstes Wochenende. Ja, ansonsten haben die mir eigentlich keine Anforderungen gestellt. Und ich hoffe einfach, dass wenigstens nächste Woche der Brief kommt, dass ich endlich dabei bin und endlich mehr Spänchen als Pflegetiere holen kann. Und ja, der Stall ist so leer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Wochenanfang bzw. ein restliches schönes Wochenende und bis dann. Ciao!